so hallo wir machen weiter beim super mario maker allerdings stelle ich gerade fest dass mein fernseher nicht weitermachen will normalerweise geht er automatisch an wenn ich die switch einschalte ist irgendwie die verbindung gerade weggeknallt hallo gibt mir switchbild weil ihr seht ihr switchbild ich sehe auch dass ihr switchbild seht der fernseher sieht kein switchbild herr was ist da jetzt verkehrt bei den kabeln da zeigt das ja sogar an und dann kommt auch her jetzt ist es da also ein blödsinn so tschuldigung wie lange hat es jetzt gedauert 50 sekunden ok was ich drin ja es geht genauso fähig weiter wie es aufgehört hat offensichtlich ich bin sehr begeistert und ihr hört mich wieder während wir einfach noch eine runde super expert spielen erkläre ich was da beim letzten mal passiert ist ich war ja zwischenzeitlich bei meinen eltern und hatte da aufgenommen und dann hatte ich da ein anderes headset das habe ich auch gesagt so und ja jetzt war es aber so dass wenn ich dann wieder herkomme obs noch das alte headset drin hatte das heißt ich habe einfach jetzt mein mein richtiges headset angeschoben angeschlossen und und wie lange ist der weltrekord 16 sekunden glaube nicht dass wir eine chance haben also ich werde mich mit ablenken lassen wahrscheinlich dauert jetzt bis zum ende des parts bis ich die die den grund zu ende erzählt habe wobei der grund hat man jetzt eigentlich schon raus gehört ob er es hat hat noch das alte headset drin gehabt ob es hat noch das alte headset drin gehabt und entsprechend nichts aufgenommen und ich habe einfach nicht drauf geschaut es ist ja zwei parts komplett für müll aber ich habe sie trotzdem hochgeladen anscheinend waren sie ja doch irgendwo noch anschaubar ja was habe ich alles ein bisschen erzählt ich war insgesamt recht schlecht drauf weil erst war ich ganz gut drauf und dann habe ich festgestellt was josen's level bedeutet und dann war ich schlecht ich verstehe dann war ich schlecht also ja das ist jetzt auch wieder so eine münzen challenge dann so 44 räume vier challenges mal wie sozial diese challenges sind aber das war richtig dumm von mir das würde ich fast gerne ich gibt das jetzt erstmal aber das level würde ich mir gerne nachher anschauen das ist mir jetzt glaube ich zu lang ich will mir auch ein paar andere level von denen die wir letztes mal den super expert hatten auch noch anschauen noch mal anschauen das habe ich auch gesagt als ich die level gespielt habe hat man natürlich jetzt nicht mitgenommen bekommen tobi ja insofern okay ich habe gedacht gleich kommt der p-switch man könnte da rein ich wollte ich bin ich bin gar nicht weiter ich bin gar nicht weiter gelaufen was ist denn da passiert ist da oben ein fließband oder bin ich doch weiter gelaufen und habe es nur nicht gemerkt das spricht ja sehr für mich wieder okay so was ich auch so ein bisschen gesagt habe war dass es halt sinnvoller ist level zu skippen als sie zu spielen was ich recht oft gemacht habe aber trotzdem habe ich es nicht geschafft wird wo jetzt keine ahnung wo ich jetzt hin muss blind champion oh boy okay hier runter und jetzt nach darüber da ist ein checkpoint ah da ist ein checkpoint okay das probieren wir jetzt mal und levels sind natürlich gut wenn man am anfang ist mein power up bekommt genau was ich auch während des spielens getestet habe war eben dass man eine zeit lang tatsächlich spielen kann und kann immer noch problem muss skippen jederzeit wenn man nicht gerade am fallen ist ja wenn ich gerade am fallen bin kann ich nicht skippen also jetzt zum beispiel mittendrin nicht aber wenn ich stillstehe könnte ich das jederzeit loslegen lassen wenn ich also feststelle dass ich mich die softlock habe kann ich skippen anstatt ein leben zu verlieren durch eine neue start wenn ich das level eh nicht noch mal spielen will ja sowas ist mir dann auch noch aufgefallen das habe ich dann auch noch zusätzlich erwähnt und bei chosen's level war ich teilweise ganz schön doof gerade die stelle mit dem on off ich habe da nicht gesehen dass da noch mal eine stelle ist an der ich landen kann bevor es auch gerade bevor es weitergeht mit den nächsten blau rot teilen deswegen die stelle hätte man vielleicht noch spielen können aber auch die anderen räume es ist mir zu krass es ist mir zu krass Was ist denn hier falsch Ich habe keine ahnung wo ich anfangen muss ich kann ich kann wahrscheinlich da hoch wo die münze ist So wie ist die 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 teile der zeigende Man geht erst da hoch wo die münze ist dann macht man einen großen bogen darunter Von da aus springt man dann vielleicht wieder bis da hoch Um dann darunter zu fallen Alles was recht ist Ich will ja den möglichst hohen rekord aufstellen das heißt level die von anfang an unspielbar für mich aussehen Lass ich liegen Leid kaiser her fahren Ein leben lang probiere ich es aber wenn ich das schon sehe ich muss auf den hier drauf dann Muss ich den mitnehmen ich glaube den muss ich mitnehmen Dann löse ich das teil aus mit dem der piecewitch ausgelöst wird Ja ich muss den ich brauche den da oben über den irgendwie den über die wolken zu schmeißen genau ok Ja jetzt keine ahnung Ach da unten Das ist auch wieder was was kann man das könnte man nachher vielleicht mal spielen Aber garantiert nicht jetzt ja garantiert So was habe ich noch so alles erzählt ich möchte das ist zum beispiel cooler anfang ich werde zwar Gnadenlos sterben weil es ist nach wie vor ein Wait what Achso Okay, okay er ist nach wie vor im super expert gelandet also müssen sehr viele leute gestorben seien schon Das wollte ich nicht Das wollte ich auch nicht Das würde ich erstmal noch das würde ich dem würde ich meine chance geben wir haben noch kein einziges level Ich krieg gerade nicht wirklich die guten Mimimi so Wir waren aber auch noch nicht wirklich Lul Wenn wir jetzt das was ich hier so anschauen dann waren wir echt noch nicht weit so Ah Mist Okay da komme ich rüber Oh nein hier gibt es doch bestimmt gleich einen troll dass das hier irgendwie einbricht oder so Ich hätte gerne den den ding Ah Oh ich muss den drücken Scheiße Ich wollte ihn aufsetzen aber ich muss den drücken Mmmh Okay also unbedingt Pilz behalten Nicht hier schon verlieren hier schon verlieren wäre super Jetzt haben wir eh ein problem wieder Weil jetzt komme ich da nicht rüber Ja den Sprung schaffe ich nur wenn ich Ja wie schaffe ich den Sprung Da müsste ich Ohne Spinjump hin Weil sonst kann ich Ich glaube wenn ich im Spinjump bin kann ich nicht noch mal Oh Gott Kann ich nicht noch mal Ja genau Die Drehung die hier machen Wenn ich die in der Luft machen kann Käme ich dann drüber über die Lücke Aber um die in der Luft machen zu können Müsste ich Ah Ah verdammt Okay Das ist aber die nächste Frage Warum will ich überhaupt den blauen drücken Warum will ich nicht Ja wahrscheinlich brauche ich den hier gleich Noch brauche ich ihn nicht Hä jetzt müsste ich hier hin und her weg Hä Das geht doch gar nicht Ich kann doch hier nicht hin und her wechseln Das wäre ja komplett krank Ach du Schande Oh Gott Und er würde doch schon längst aufgescreenet sein Wenn die die D Hä What Okay wenn er auf blau stünde Kämen wir locker ins Ziel Nein Ich habe überlegt ob ich da so Wenn ich da geduckt reinkomme Ich glaube dann kann ich mich da hoch arbeiten Dafür darf ich dann aber erst recht nicht groß sein Nein das war dumm Naja hat gepasst Ja gut dann werden wir hier klein Ist in Ordnung So Wenn er aber Nicht wer Achso ich verstehe Bis hier muss er wechseln Und dann muss ich ihn so offscreenen Dass blau offen bleibt Weil sonst komme ich ja hier Doch ich komme bei dem roten auch ra Nee Nee eben nicht Bei dem roten komme ich nicht raus Bla Ah nee Hä Achso Ich verstehe Ja 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 Tschau Oh wo ist der denn jetzt gelandet Ah jetzt ist der da drin gelandet Da sollte der nicht hin Da sollte der nicht hin Er sollte die mal killen Ah hä Wie soll ich denn in den rein Wieso ist denn da noch einer Den da unten checke ich nicht An den komme ich doch gar nicht ran Ich kann doch nur hier hin und her switchen Aber Okay und jetzt müsste ich es so machen Dass der blaue Bleibt Ah das war's schon Das war's schon Nice Okay jetzt kein Quatsch macht Dann haben wir ein Level Jetzt kein Quatsch macht Dann haben wir ein Level Da braucht es ja echt nicht viel Bis der offscreen Interessant Kein Quatsch machen Okay Da drüben geht's los Da drüben geht's hoch zum Ziel Nice Und das Leben nehmen wir mit Huh Das war ein hart verdientes Ziel Eieieiei Okay Eieieiei Uff 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 So Aber ich überlege weiter Was ich noch so alles erzählt habe Während ich nicht aufgenommen habe Den Ton Ich weiß es nicht mehr Ich war insgesamt War ich nicht so gut Also es ist wie gesagt Ja Da ist jetzt so ein Fall zum Beispiel Wo ich sehe Okay ich hab schon versaut Und anstatt dass ich jetzt neu starte Sag ich Ne Das Level sieht eh nicht gut aus Für mich Wenn das so schon anfängt Dann skippen wir das Und haben kein Leben verloren Ohne getroffen zu werden Ohne getroffen zu werden und speedrun Okay Okay Oh boy Sekunde das Gefühl hab zu sterben Hier zum Beispiel Wenn da jetzt ein Pilz noch drin ist Ist das ein super Start So Und jetzt kann ich erstmal probieren Und wenn ich feststelle Das Level wird komisch Kann ich es immer noch skippen Ohne ein Leben zu verlieren Das ist genau der Gedanke Bisher sieht es wie ein komplett normales Level aus Warum ist das ein Super Expert Da muss noch irgendwas Schlimmes kommen Das ist jetzt auf jeden Fall die Ruhe vor dem Sturm Kommt die zurück Nein Da ist wieder ein Pilz drin Oh jetzt ist es sogar eine Blüge Ich meine ich sehe schon Es werden auch Münzen Rote Münzen kommen Aber Wait what Komme ich da einfach hoch Ja Da komme ich einfach hoch Wie ist der Weltrekord 1,43 Lull Ich gehe jetzt hier richtig vorsichtig vor Wir gucken erstmal Achso Checkpoint Wahrscheinlich kommt jetzt der schlimme Teil Wahrscheinlich war das der einfache Teil Und jetzt geht es richtig ab Ich würde gerne die Blume behalten Oh je Wenn ich die Haken schon sehe Was ist das denn da? Genau Woll Oh wa Was? Was? No Okay, die lassen wir erst mal fallen. Achso. Die fallen nicht, die laufen weg. Okay. Kein Risiko eingehen hier. Pfff, gutes Fall. Was ist das denn für ein Sprung gerade? Ist sie auch wieder ein Leben über der Münze? Ja, Lul. Was passiert hier alles? Okay. Glück oder nicht Glück? Glück? Äh, ist der direkt über der... ist der direkt über... Äh. Gleich war... Hahaha. Lol. Bitte was? Okay. Bin ich hier safe? Nein, bin ich nicht. Oh, noch ein Checkpoint. Äh, wait, what? Ich werde garantiert nicht in die Säge rennen, wenn ich den Pilz behalten kann. Ja, too late. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der Super-Expert-Teil, der das Level zu Super-Ex... Oh nein, der das Level zu Super-Expert macht. Oh nein. Ah, Indianer Mario. Ja, jetzt kommt der... Jetzt laufen wir vor dem Ding weg. Aber cooles Level. Oh, scheiße. Wait, ich sehe da was. Geht das? Verdammt, jetzt habe ich halt... Jetzt will ich halt leben. Jetzt will ich halt ganz geschwind leben. Lul. Ich war mir unschlüssig, aber... Ne? Aber das wäre ja da drüben auch schon gegangen. Ich wette, der wird jetzt am Ende... Am Ende vor der Wand halt irgendwo stehen und ich komme nicht durch. Aber jetzt kann ich mir das alles erstmal angucken. Der ist ja zielsuchend. Der ist ja zielsuchend. Oh Mist. Oh Mist. Nein, wie soll ich das denn machen? Wir haben immer noch nicht die roten Münzen, fällt mir gerade auf. Jetzt... Jetzt war ich schnell genug und habe nicht... Ah, verdammt. Oh, ich zwerge fast nach links runter. Oh nein. Scheiße. Ich komme nicht da durch. Ich komme hier nicht durch. Mist. Aber ich will es weiterspielen jetzt. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich das Level schon so weit geschafft. Ah, ist das ärgerlich. Nein. 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 Wieso kommt ihr denn manchmal nicht da hoch? Ich muss warten. Ich muss warten. Habe ich die Zeit zu warten? Ich hoffe, ich habe die Zeit zu warten. Ich will sehen, was dahinter kommt. Ich will das jetzt sehen. Jetzt will ich das wissen. Jetzt will ich das wissen. Nein, ich musste warten, haben wir gesagt. Okay. Schaffe ich den Sprung nicht? Der müsste noch drin sein, ohne die Ranken. Es ist so, dass man da, warum kommt man da manchmal nicht rein? Es ist so, dass man da, warum kommt man da manchmal nicht rein? Ist das frustrierend? Das ist so, dass man da, warum man da nicht so weitermachen kann? Das geht ja dann hier auch schon. Ja eben. So, soll der mal schießen? Jetzt gucken wir uns mal den Rest erstmal an in Ruhe. So viel dazu. Ich meine, der müsste doch auch offscreenen, ne? Dann kann der doch gar nicht ein Hindernis nachher sein. Tschüss. Ich hasse es. Das ist unglaublich, ne? Ey. Es ist unglaublich. Ich komm. Was sind denn das für komische Sprünge, dass ich da nicht hochkomme? Dankeschön. Okay. So. Nee, ich wusste, ich will den loswerden. Okay, der ist weg. Gut, der ist raus. Die fallen einfach nur runter. Als wenn ich renne, dürfte eigentlich nichts passieren. Da kommt der gerade wieder zurück. What? Das heißt, der fährt da nur hin und her. Also kann er erst recht nicht wichtig sein. Also laufe ich nicht vor dem Weg. So kann ich das spielen. Ich kann das so spielen. Ich kann das ruhig so spielen. Ich muss mich dann nur wieder ducken, wenn er nochmal kommt. Ey, dieser Sprung hier, ne? Ja, toll, danke. So nützt mir das auch nix. Ey. Oh boy. So, jetzt hat er keine Runden mehr geschossen. So, lass mich in Ruhe. Okay. So, den werde ich jetzt wieder los. Und weg mit dir. Okay, so. Jetzt müsste der Swamp gleich zurückkommen. Dann versuchen wir den jetzt halt so hier irgendwie zurückzulassen. Bevor der ganze Quatsch da drüben kommt. Oder es ist ein anderer Swamp, der dann bleibt. Ja, das ist tatsächlich der gleiche. Lul. Ganz vorsichtig. Ey. Diese kleinen Sprünge. Okay. Okay. Ja, hier könnte ich ihn jetzt eigentlich sogar killen. Theoretisch. Jetzt, ich hab keine Ahnung, was da hinten kommt. Das ist jetzt das... Okay, er kommt erst nochmal. Wait, what? Was war das denn jetzt? Ist der jetzt noch... Jetzt kommt er gleich wieder angefahren, ne? Wer müsste jetzt gleich wieder kommen? Oder was macht der jetzt da drüben? Ich bin irritiert. Ist der jetzt noch da? Ich bin gleich tot. Der wird gleich... Aber der... Von der Zeit her müsste der doch schon nichts wieder umgekehrt sein. Oje, wo ist denn der jetzt hin? Hilft nix. Okay. Okay. Okay, jetzt kommen die ganzen Münzen-Dinger. Okay. Ey, wehe. Der kommt jetzt, wenn ich da gerade durchreine, wieder zurück. Aber so lange kann der doch gar nicht unterwegs sein. Wie ist das der jetzt? Der ist weg. Hey, einmal kommt er zurück und es wird nicht offgesqueenet. Und dann wird er doch wieder offgesqueenet. Ey, wenn jetzt noch irgendwas passiert, ne? Ey, diese kurzen... Diese Sprünge sind ja der Hammer. Oh mein Gott. We did it. Ja, brauche ich auch nicht mehr das Leben hier oben holen. Wir kriegen je drei Leben. Was ein Level. Was ein Level. Das wäre super schwierig, wenn man den Swamp nicht austricksen könnte. Schöner Cheese. Aber das Level großartig gebaut. Großartig gebaut. Tolle Ideen. So, ein Level noch, dann haben wir den Rekord gebraucht. Aber ich habe jetzt so viele Leben an diesem Level verloren. Oh Gott, das klingt nicht gesund. Wenn ich nicht gleich eine Bombe oder so kriege... Äh, einen Pilz oder so kriege... Dann werden wir das lassen. Da kommt jetzt eine Bombe raus, oder was? ...die mir das Ganze umstellt. Okay, verstanden. Das ist... Erstmal kann man... Also erstmal sterbe ich ja nicht, wenn es schief geht. Das geht also voll in Ordnung. Könnte ich nicht auch einfach jetzt von hier? Nee. 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 Boah, das ist aber echt knapp. Deswegen wahrscheinlich auch die Mario Kart Musik. Oioioioi. Sobald wir uns Softlocken, höre ich halt einfach auf. Aber kann man eigentlich hier... Ach, ich könnte ja... Warte mal, ich kann das anders. Ich mache das anders. Ich könnte es ja versuchen so zu timen, dass ich springe, wenn es gerade weg geht. Ja. Irgendwie so. Ja. Das war die Idee. Boah, es ist so knapp. Vielleicht mit Anlauf. Ja, mit Anlauf ist besser. Okay. Ah, fast. Subdj macht es nicht mehr mit Anlauf. Okay. Nein. Fast. Ja, mit Anlauf. Nein. Ach. Ja, moin. Ja. Das gibt es doch nicht. Gut. Oioioi. Okay. Auch hier kann ich noch nicht sterben, ne? Ich könnte mich vielleicht Softlocken, aber sterben kann ich, soweit ich das sehe, nicht. Nee, Softlocken kann ich mich auch nicht, weil wenn die Bombe weg ist, fahre ich einfach runter. Das ist schon Quatsch. Wie muss ich das denn machen? Hä? Wie muss ich das denn machen? Ach so. Oh Gott. Da muss man ja richtig schnell sein, ne? Ja, super. Ah, das ist, das ist wieder was echt cooles. Schwierig, aber man stirbt halt nicht. Man kann es das immer wieder probieren. Ja, aber bis dann da... Was? Wie schnell muss ich da sein? Das ist der Weltrekord. Okay. Okay. Komm ich da mit einem Sprung rüber, ist die Frage, die ich mir stelle. Der Weltrekord ist wahrscheinlich nein. Ich komm halt nicht, das ist das Problem. Ich komm halt nicht dahin. Man müsste ganz schnell... Ja, irgendwie so. Und dann... Boah. Boah. Pfff. Eioi, oi. Und dann da noch Durchlauf. Eiei, das ist ja Wahnsinn. Ah, verdammt. Nein. Wenn es da kein Checkpoint gibt, läuft mir halt die Zeit ab. Das ist dann das Problem. Nein. Oh. Ja. Pfff. Wie viel schneller kann ich denn noch werden? Ich kann doch nicht. Noch schneller kann ich doch nicht. Außer ich kann hier irgendwie... Ja, ja, ja. Dann muss ich das ohne den Wandsprung da in der Mitte schaffen. Ach so. Ja, okay, okay, klar. Verstanden. Mit der zusätzlichen Drehung. Okay, okay. Go, 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 go. Oh mein Gott. Ich hoffe, danach kommt ein Checkpoint. Oh je, jetzt wird's echt kritisch. Nein, falsche Richtung. Nein. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Nein, das reicht nicht. Nein, runter, runter, neu. Gleich neu. Nein. Oh, das spielen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ich mein, es ist jetzt nur ein einziges Leben, was weg ist. Wenn das in dem Stil bleibt, könnte das ein Level sein, was man spielen kann. Ah, nein. Na, was? Ihr Wahnsinn. Ja, gut. Machen wir's gleich so. Okay. Aber wir sind schlauer geworden, was die Mitte angeht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir auch sofort hin. Aber gut, ein, zwei Versuche brauchen wir nochmal für den Anfang. Nice. Boah, das ist so knapp, ne? Da muss wirklich alles sitzen. Allein, allein sowas hier ist schon kacke. Wait, ich hab ne andere Idee. Reicht das? Ne, es reicht nicht. Ah, es reicht nicht. Schade. Go! Nice! Okay, es wäre noch kein Checkpoint gekommen. Lass das mal zu feststellen. Da ist dein Checkpoint. Okay. Das hier noch schaffen, dann kommt der Checkpoint. Let's go. Und solange ich nur sterben kann. Okay. Solange ich nur sterben kann, können wir das ja echt spielen. Okay, das sollte hinzukriegen sein. Das wirkt nicht so schwierig. Ich bin da zu lange dran. Ich muss da schneller runter. Nein, das war gut. Das war super gut. Mist. Ah, fuck. Entschuldigung. Nicht, 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 meine ich natürlich nicht. Ich wollte sagen. Verdammt. Yes. Nein. Nein. Okay. Das ist super. Das ist super. Nein. Oh, so close. Mensch. da muss halt wirklich jeder sitz sitzen jeder sprung sitzen das war gut nein und dann bin ich hängen geblieben das letzte stück war noch gefehlt das ist das ist das ist so knapp nein jetzt hatte ich doch genug zeit glaube ich aber ich habe sie nicht genutzt und ich darf da nicht ich darf da oben nicht hängen bleiben ich muss so knapp springen dass ich direkt reinlaufe ich darf da oben nicht hängen ich muss da noch knapperen sprung setzen vielleicht ein drehsprung ja sowas in der richtung nein ach nee wollte ich nicht alter ich gehe wieder ins time over ich gehe wieder ins time over das gibt es doch nicht weil der da oben nicht mehr läuft da oben rennt er noch nicht los da bleibe ich noch zu stark hängen das ist unglaublich nein das war so knapp das war bisher das knappeste was wir hatten das war das knappeste bisher was wir hatten unglaublich nein ich muss es noch da drüben ist der checkpoint das gibt es doch nicht nein ich muss es aber dann nimmt er den klopf nicht jetzt geht es geht es nicht mehr nein 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 es geht nicht es geht nicht hin man man wenigstens der anfang funktionieren wird oh gott ja das schaff ich es noch einmal ich glaube nicht von 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 so ja komm schon die ich darf hier keine zeit völlig brauch die zeit einer Ey, gibt's da nicht. Ach, bleib halt nicht hängen. Ey, das gibt's noch nicht. Jetzt kann ich's nicht mehr. So. 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 Komm schon. Komm schon. Okay. Es ist so unglaublich knapp jedes Mal. Und dann hier natürlich genauso auch, ne? Also. Uff. Ich muss da noch irgendeine kleine Sache anders machen. Irgendwas ist da noch nicht perfekt. Irgendwie so. Oh boy. Das war wieder so, das war wieder mit das knappste glaube ich bisher. Ja. Und plötzlich war's so einfach. Okay. Aktuell können wir immer noch nicht sterben. Ich hoffe es bleibt dabei, weil sonst wird's kritisch. Was sagt der mich? Ich muss hier ran oder wie? Ah. Oh weia. Okay. Haa. Pfff. 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 Wie komm ich da oben durch? So nicht Wie komme ich da durch? Alter Aber wie soll ich da oben durchkommen? Ich kann ja nicht einfach durchlaufen Missed Missed Ah, okay Der Drehschwung zum Hochkommen ist schon mal besser Ach, warte mal Mache ich das falschrum? Muss ich das andersrum machen? Irgendwie so Hüpf halt dagegen Ja, vielleicht irgendwie so Okay Ich glaube, das spart Zeit Aber ich komme halt nicht hoch Ja, und einfach laufen ist nicht Ich glaube, mit einem Drehschwung in der Mitte müsste es dann wieder funktionieren Ich glaube, der hält mich dann Ja, der halt nicht Der da hier Das müsste ich jetzt mal ausprobieren können Ja, wie mache ich das? Ja, dass ich es jetzt nicht schaffe ist klar Jetzt ist ja gerade Training Ich starte dann am Checkpoint Ich weiß noch nicht, wie ich über die Lücken komme Das ist im Moment halt Ich kann es ja nicht mal üben Ich komme ja nicht mal vernünftig hin Ja, ichゑ Ich packe es aber einfach so Ich meine, was es braucht Ich kann es einfach elementary Ich kann es einfachsey Loba Und ichは mein wop Dog Coach raus Wie komme ich da drüber? Das nervt, dass ich dann immer wieder reinkomme. Das nervt. So. Ich habe noch kein einziges Mal die Lücke geschafft. Das ist mein Problem gerade. Geduckt springen vielleicht? Hilft das? Ja, jetzt hilft dir ja nichts mehr. Achso, ich wollte gerade Neustart drücken, aber... Ich habe ja hier was. Das wäre blöd. Das wäre ziemlich dumm. Wie machen wir das? Wie komme ich da... Ich habe keine Chance, darüber zu kommen. Selbst wenn ich da oben reinkomme. Wir haben vielleicht wirklich ein gedruckter Sprung. Ich weiß es nicht. Boah, wie mich das nervt, dass solche kleinen Sprünge nicht funktionieren. Das hat mir gerade in der Höhle auch die ganze Zeit dieses... Und dann sind sie zu klein. Und dann sind sie zu klein. Wie? Was habe ich noch nicht ausprobiert? Mann! Ey, mal ist es zu knapp, mal ist es zu hoch. Das macht mich feisch ein wenig... Äh... Seht ihr das? Natürlich seht ihr es. Was frag ich so doof? Ich weiß nicht, wie ich da drüber kommen soll. Ich versuche alles, aber es geht nichts. Ich versuche alles, aber es geht nichts. Hm. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich komme nicht drüber. Ist es ein getimeter Sprung? Ist es ein getimeter Geduktersprung? Ich weiß es nicht. Ich weiß so, dass ich jetzt schon über eine halbe Stunde, glaube ich, in das Level gesteckt habe. Und nicht vorankomme. Die Idee ist super cool, aber es ist leider zu knapp. Ich kriege es nicht hin. Ach, schade. Ich habe keine Ahnung. Vor allem sieht es in der Aufnahme wahrscheinlich so aus, als ob ich immer wieder dasselbe mache. Dabei probiere ich alle möglichen Tastenvarianten durch, wenn ich da oben bin. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich... Aber das wäre... Das würde zu lange dauern. Na, wenn es jetzt da oben nicht mit Zeit wäre. Dann würde ich versuchen, links einen Wandsprung abzusetzen. Genau so. Und das zweimal. Oh mein Gott. Muss ich das echt machen? Und das muss zweimal sitzen. Ich glaube, das ist wirklich das Geforderte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das muss das Geforderte sein. Und dann bin ich aber zu schnell. Wait, aber wenn ich zu schnell bin, vielleicht schaffe ich dann den Sprung so den nächsten. Vielleicht schaffe ich dann den nächsten Sprung so. Mist. Wenn ich halt da hochkäme. Jetzt geht das wieder näher. Das macht mich ja auch wieder so richtig süß. Das lässt wieder den... Wie sagt man? Blutdruck steigen. Ja, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse. keine chance ich komme nicht mehr hoch so cool die idee ist es ist mir ich es regt mich viel zu sehr auf ich habe keine ahnung ob das was ich gedacht habe jetzt das richtige ist oder nicht und dann noch mal rüber das muss so gehen das war jetzt noch mal aber jetzt schon bei einer stunde video scheiße ich muss aufhören aber ich kann jetzt nicht im nächsten part wieder eine halbe stunde herum spielen wir haben ihnen noch viel leben wir kommen wir skippen wir skippen wir bringen diesen ran jetzt noch zu ende ich mache keine fortsetzung nein ich werde gleich die starren ich habe gesehen ich werde gleich die starren geschickt das war mir zu riski soll ich das probieren ist es machbar nee 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 hey skippen das ist mir zu zu krass ein mancher und eine decke ekelhaft ein bumbo besiegen hä ach das sind manche im boden soll es probieren ich habe kein gutes gefühl bei dem level ich krieg hat auch kein pilz vorher wenn ich das schon sehe nein das traue ich mich nicht mit einem einzelnen leben das ist das problem wir haben nur noch ein leben das sagt hat nichts wir können es probieren und nein die kriege ich nicht meine ich glaube nicht baus das wird auch nicht gut werden ich brauche die blume man hätte in der zeit mit der blume bowser besiegen müssen und dann hätte man das level auch schon geschafft jetzt ist man gesauft lockt wenn man nichts gibt würde cool ich musste jetzt als es gibt ich war sogar gezwungen dazu das sieht nicht gesund aus was soll ich sagen rätsel das ist nicht gut mit der zeit aber wir können es probieren vielleicht sterbe ich ja nicht sofort also wenn rätsel ist drei röhren zweifelig in den tod dann ist rätsel nicht gut ok können wir probieren ich sehe noch nicht das rätsel ich glaube nicht dass es der richtige weg ist by the way ja hä zeit es geht hier geht auch nichts hoch und nichts hier ist doch nicht ich komme hier nirgends hin das läuft einfach nur meine ja jetzt geht nicht mal jetzt geht es nicht mal höher hä hä soll ich da oben komme ich da oben drüber hä was ist das denn für ein quatsch wow ja das war halt die niete toll toll super rätsel klassisch kurz und knackig even flow level name klingt interessant mit dessen ein mancher okay wir haben coole level gesehen aber wir bleiben beim rekord von zwei verdammt so hat sich hier was getan nur kurz mal gucken für nächste aufnahmen chosen hat single screen series gebaut das klingt interessant dann schauen wir uns das beim nächsten mal an danke fürs zuschauen und tschüss bis der ja